Ja, Kani. Brück jetzt, fokus mal. So, wir müssen Six, Kha'Zix Draft. Keine Widerrede. Ich müde mich. Ist er wirklich müde? Nein, ich hab's gehört. Ich will nur keine Widerrede geben. Ja, aber nur mehr als Joke halt. Wir haben Redside. Wenn wir Mitte spät picken können, dann können wir diesen Heimer-Zillas-Ding, weil der hat Zillas, auf jeden Fall will er den. Ansonsten können wir Early halt Uri nehmen. Ist immer fein. Oder Syndra. Uri und Syndra sind immer fein. Oh mein Gott, Karl, du bist ein Gott! 31 für die 31 Assists, die du dieses Game erreichen wirst. Hab dich lieb und mach weiter. Wir haben Dart jetzt. Das ist der Moment. Dankeschön, Karl-Eles. Sehr, sehr lieb. Wenigstens ihr Belief noch an mich, in mich, right? Danke, Karl-Eles. Vielen, vielen Dank. Willst du was früh rotieren, Herr Agurin, oder wie? Hm, ich würde den Six früh rotieren. Dann K auf der 3 und dann 2 Buttons, Trust, ja. Weiß jemand, was er spielt? Ja, Support wird lustig, es gibt keine Melee-Support damit. Rell. Gibt noch Renata. Alistair ist noch da, oder? Nee, Alistair ist auch gone. Alistair ist raus. Ah, ja. Ja, dann gehen wir Renate. Aber jetzt schnell Renata picken. Ja. Six Renata. Was, können sie gehen? Nichts, ne? Ne, die gehen Jhin. Aber dann ist der Lane gut für All-Ins. Was? Wir könnten auch Karma gehen. Ja, das habe ich auch überlegt, aber Karma gegen Rell. Haben wir ruhig Renate, ist schon okay. Alistair ist raus, ne? Ja. Ja. Jetzt gehen wir noch so Sachen wie Taric, Taric Thresh. Haben wir dir dann keine gute Support zu geben? Ja, ne? Hey. Ich meine immer so. Ja, ja, haben wir. Milio wäre actually, aber Milio Six ist halt auch Horst Kappa. Ja, aber Milio ist halt gut gegen Rell, deswegen haben wir überlegt. Echt? Ja klar. Renate hat mich aber viel besser mit dem Q. Wie bitte? Wenn jemand junglen will, ich kann Karma top spielen. Was? Wir wollen gewinnen. Aber meine Kindred ist schon nicht kacke. Hey, also. Please, guys, what? Ich will jetzt Kha'Zix schon picken, aber das Problem ist, Kha'Zix, äh, Rell, MF sind schon echt gut gegen mich. Da pickt was anderes. Ich kann sehr schwer dagegen escape, aber ich glaube ich, nö. Warum nö? Warum nö? Wenn's kacke ist, dann spielt's halt nicht. Ja, sagen wir's mal so, es ist nicht kacke, es ist sehr schwer. Okay, was ist mit Nocturne? Oriana Draft? Oder Nocturne Six? Wir fliegen auf die rauf. Ah, wir spielen jetzt Kha'Zix. Weil du willst? Okay, na gut. Wenn du Bock hast, dann... Nee, weil's einfach Comp ist. Six plus Poke. Okay, ja. Ja, ich slow die Six macht Gold. Fertig. Äh, was nehm ich hier? Kha'Zix. Kha'Zix? Was? Ne, ist huge mit Six, ist huge mit Six, Alter. Aber wir brauchen Top dann Tank Engage, ne? Tank Engage? Ne, 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 ne. Wir kiten nur. Wir kiten nur? Einen Split Pusher oder jemanden, der auch foket. Oder desengaged. Mhm. Also am besten hast du einfach ne Winning Lane, ehrlich gesagt. Mhm. Okay, was? Oder Tank Destroyer. Sowas geht auch. Ich guck mal, Mordekar sich anbietet. Aber echt ne, wir brauchen ja wahrscheinlich viele AD, ne? Hm, ja, wir brauchen echt... Wait, du hast recht, wir brauchen AD Top, ne? Wir brauchen AD Top. Ich kann nicht einfach alles picken. Hat die Cassante noch? Ja, aber ist nicht geil. Also es... Ja. Wenn wir Tank Destroyer wollen, ist Uggoth der beste Champ. Ist auch gut gegen Rumble, aber... Mhm. Ist das gesetzt Rumble Top, ja, ne? Ja, ja, ziemlich sicher. Also wir können Middle Last picken. Oh, fuck. Oder wirst du trotzdem... Nein, 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 nein. I think we just go Uggoth. Uggoth? Like it? Auf an AD Top. Gibt's da noch mehr? Äh, mit Arthrox, aber es ist nicht wirklich mehr. Uggoth ist gut gegen beide Medis bisher. Ist Arthrox besser? Kann auch Mundo gehen, das ist vielleicht auch scale hard mit Mundo. Aber Arthrox find ich auch nice, muss ich sagen. Ja, Uggoth oder Arthrox? Ich glaub, macht das was besser. Dann ist Uggoth besser. Uggoth ist auch gut mit slow drafts. Okay, okay. Thanks again, draft. So, jetzt brauchen wir AP Mitte. Bitte pick Silas. Ich hoffe auch. Jetzt zwei Millis besser. Einmal. Just do it. I just wanna see it once im competitive. Ja. Okay. Das ist schon mal gut. Oh, das... Wait. Wolf wär sehr gut. Das darf... Das darf er nicht, ja. Okay, Wolf wär schon mal geil für uns. Bellwiff. Bellwiff ist sehr geil für uns. Geil. Was Bellwiff ist geil für uns? Alle kotzen ab von Hagorin. Und da geht... Oh, Bellwiff. Sehr einfach gekaltet. Also, die ist sehr schlecht gegen mich. Ähm. Also, es kommt bis... Countert die eigentlich. Die Frage ist, jetzt gehen sie Silas. Vielleicht. Maybe. Spie... Ah. 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 Aber hier wäre so was wie Wechs gar nicht schlecht, ne? Was mit Ori einfach? Ja, Ori ist auch... Lass einfach Ori. Aber Bellwiff, Lobor ist halt bisschen tödlich, ne? Warte. Gibt's noch was? Aber ja. Nimm Ori. Nimm einfach Ori. It's fine. I just... I just live. Wird lustiges. Vielleicht haben wir mit Uri auch die Invis-Engage-Kombo, ne? Okay, Leute, aber jetzt in dem Game, was gegen dieses Team essentiell ist, ist, dass wir im Early nicht 0-10 gehen, okay? Ich hab meine Keeper 1, ich werd die jetzt direkt machen und ich hab sie auf Schreibgeschütze rausgenommen. Okay, ne? Aber actually, der könnte mit Rail Level 1 wieder irgendwelche Wände gehen, ne? Wenn der gerade eben schon drüber geflasht ist, bietet sich das auch wieder an. Nur so. Ja. Mhm. Was ist mit Laneswaps für uns diese Runde? Rumble ist der beste Laneswaps-Champion nach 6, davor ist fein. Ich flimm's auch lieber mit ADCs, muss ich sagen. Wir können schon für Kubi swapten, wir haben halt ein Telepop mehr. Also, Argo in Skull ist so, also wir werden so oder so halt Level 4 oder was auch mal swapten, aber wir müssen halt nicht Level 1 swapten. Mein Level 1 ist auch sehr, sehr OP, also ich bin bereit irgendwo reinzugehen und jemanden zu fighten. Der Level 1 ist nicht so OP, aber auch nicht so bad, ne? Ist auch relativ gut, ja. Also Rumble ist Level 1, er hat Ignite, wir sollten swapten. Hm. Der ist komplett fucked, wenn er aber behind ist. Dann wollen wir Deep Vision einfach holen? Ne. Wir gehen ganz normal, ähm, ganz normales Cover, dann hier warden und da late in win. Und ich weiß nicht, ob Urgott einfach bot geht von Anfang an, was meinst du? Ich glaub ich komm mit, ich hab dp danach, also wenn die da sind, ist gut für mich, oder nicht? Ich fight aber mit euch. Ja, aber dann benutzt du halt instant dp, ich glaub, eigentlich bleibt aber bot, ne? Maybe. Mal gucken. Ich fähre hier erstmal raus und prob, ob wir Info kriegen. Aber ich, also die können eher mit uns rausflächern hier, ne? Wenn wir da rüberspringen mit Rell und Lenk, aber machen sie nicht. Ja. Die Blows meta, die machen einfach 5 Point hier gerade. Wir sehen Miss Watch nach unten. Rumble am Busch drin, ich würde auf ihn rauflaufen wollen, mal gucken was passiert. Wir sehen Rell noch nicht, ne? Ja. Die kann überall sein. Kannst du hier queuen? Mhm. Oder, ja, ja, mhm. Hat sie reingebordert? Ja, die sind da drinnen. Die wollen vielleicht nen Cheese auf deine Rapport machen, ne? Ich glaub, ihr könnt jetzt rein, ihr könnt jetzt kommen, ihr könnt jetzt kommen, ihr könnt jetzt kommen. Du auch? Ich hab nen Queue raus. Okay. Superhuge. Jetzt rennt die runter, kann nicht, du brauchst nen Sweeper unbedingt, scheiße. Aber warddust davor. Die Rell ist hinter mir. Ja. Ach, das ist schon wieder alles so scheiße, ne? Wir sind schon wieder so langsam, ich glaub, fuck it. Oder? Ist zu spät? Es ist too late, ist auch nicht bad, dem so oder so Ignite. Ist aber nicht schlecht. Versuch das den Job beim Zones, Karne, ja? Den Rumble. Ich weiß auch nicht mehr, ich muss bei meinem Red anfangen, wir sind viel zu spät. Ja, wir hätten das davor einmal durchgehen müssen mit Karne, ist okay. Ja, und der Rumble ist schon sogar 6. Regarde ist auch Meta. Ja? Ja. Gneiten mich. Hm. Die flasht auf mich. Weil flasht, ich gneite mir doch. Ja. Ey, immerhin bekommt unsere Ruppert XP, I guess. Ich pushte lieber rein gerade. Der rampt immer noch keine. Es soll alles noch fallen, Leute. Es soll alles noch fallen. Also der aktuelle Plan ist, ihr Slope stop und dann geht ihr Recon. Rell kommt hoch schon. Rell kommt jetzt schon hoch. LeBlock kann auch move'n. Das ist euer Plan oben, okay? Ja. Super. Aber das einzige Problem ist... Ist er schon gebased? Ne, er ist hier. Vorsicht oben, ne? Die können alle oben sein, Karne. Der hat keinen Flash kann ignite. Könnt ihr überlegen. Der Lamer wird zurück mit dir gehen. Kann der Jungle oben sein? Ja, ne? Ich hab überhaupt keine Informationen auf die Battle Royale. Die kann sehr gut oben sein. TP mit ist raus. LeBlock kommt nicht. Dann werden wir es dann mit Tilt-Pod gleich korrigieren. Wir haben ein Double-Tilt-Pod Vorteil, okay? Wenn ihr was basen müsst und bot-TP ihn wollt, ist das komplett okay. Wir haben ein riesen Problem in Mitte. Wenn ihr Battle Royale fies, bin ich aber tot. Dann geh ich auch basen in TP-Top. Alles okay. Oder willst du noch... Ich kann die gleich helfen bei dir, oder? Die Angst vor Bale wäre er nur gerade. Ja, das ist fein, glaube ich. Kann überhaupt, wenn vielleicht eine Seite wurde, ja. Soll ich runterkommen, oder soll ich wieder hochlaufen? Also ich würde eher sagen, der Draptor entkommen. Ich hab keine Ahnung. Ja, die Wave ist jetzt fein. Ja, das ist fein jetzt. Ich geh jetzt einfach basen, um die Ecke holen mit Tränen. Es ist alles gut, Leute. Alles easy. Die müssen im Early Snowballen. Alles in Ordnung. Swap ist okay gelaufen. Ich bin auch fein damit. Wenn wir jetzt gleich wieder kontestieren auf beiden Lanes. Das ist so nice. Nee, da. I'm chilling. Ich geh im Basen. Okay. Soll ich die auslösen? Kannst du. Mhm. Vorsicht dabei, dass die nicht aus Mitte auf sich drauf rotieren. Rell ist auch schon unten. Die stacken in der Wave unten. Können wir da Tolkien covern? Ich bin gleich... Wir können gleich Recon tp mit Broke. Die müssen mich nicht covern. Broke sollte wir Wave nehmen. Ja, ja, ja. Huge. Mach mal, mach mal. Ich geh jetzt runter schon. Ich geh jetzt base und tp runter. Ja, ja. Wave ist noch immer gut. Ich versuche rechtzeitig hinzukommen. Mach doch kein Dive. Wir können top killen, by the way. Wenn er nicht crasht bevor. Ja, ich versuche reinzudeppin. Ich kann nicht noch direkt depinnen. Er ist fertig. Ja, ja, ja. Aber ist schon crasht leider. Schade. Ich habe nicht gesehen, wohin. Die Welt macht gerade Wurzeltcamps. Die base wollen die MF. Ich will hard pushen hier. Hard pushen hier. Hard pushen hier. Nochmal hoch swapen. Was man die besten? Nee. Wir müssen da unten warten. Wir machen, glaube ich. Dragen. Ort platten. Das zwischen und das zwischen holen. Das zwischen holen und platten. Das sind keine Wurzeltcamps, oder? Nope. Du hast Wurzeltcamps, oder? Du hast Wurzeltcamps, oder? Du hast Wurzeltcamps. Valve ist nicht Wurzeltcamps. Ihr könnt easy weiter pushen. Außer ihr verliert ohne zu tun. LeBlomu halber topside hat hier gewonnen. Ja. Der Musch. Wir sehen die Reve. Reve ist auch noch hinter euch. Ignite ist wieder ab. Flash gleich. Oh man. Valve ist Grom. Könnt ihr gegen pushen? Ja, ne? Super. Dann können wir vielleicht Dragen nehmen, wenn Mitte auch Push kommen kann. Ich kann es pushen, ja. 7 Sekunden auf Queue. 7 Sekunden auf Queue. Ich hab vielleicht gelungen. Ich glaub ich bin nicht mal an. Ich hab nicht hart pushen, aber... Da ist auch ne Plan bald. Aber ich fang jetzt den Dragen an. Ja, mach ruhig. Probiert mal Push zu kriegen, okay? Probiert mal. Ja, haben wir. Haben wir. Dann könnt ihr zu mir hovern. Und wir könnten vielleicht sogar danach zu den Gruffs rushen, wenn wir schnell genug sind, okay? Vielleicht sowas von gedivet, ja. Steht irgendwo ne Pflanze mit Warnabau. Kommt gleich. Kommt gleich. Die hier. Karni, du kannst glaub ich schon mal Mitte prior generieren, ne? Ah, 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 ja. Wir stoppen durch, wir stoppen durch. Wir müssen nicht bot sein, Brücki. Wir stoppen alle durch, alle durch. Gehten wir die Midwave noch oder laufen wir durch? Ja, ja, ja. Wie hättet ihr... Er ist eine, die spielen Bush, kein Flash, kein Ignite hier. Kann ich nicht, oder? Okay. Kann man schnell MRQ'n. Sorry, ich glaub nicht. Also was sollst du machen? Kannst nicht reinkommen. Und du kannst baut jetzt gehen. Super Swap, by the way. Geiles Swap. Wir haben nicht einen Grub. Dann ist ja nur schlecht für Tolkien. Hat der gerade jemand was genommen? Jaa. Aber die Rumble TP? Ne, der, 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 der Flaschen Ignite benutzt. Die kommen vielleicht, die kommen vielleicht. Mal schauen. Ne, ne, ne. Dann geh ich jetzt Recoil, ich cover unten. Genau, guter Call, Cardi, guter Call. Ja. Und dann, wie stoppen wir am besten jetzt? Also das ist super work, ne? Ich bin, glaub ich, wieder top, bevor du da sein kannst, ich versuche, die WF noch mitzunehmen. Die sind gerade erst hier. Die Rel hat Flash, die Rel hat Flash. Ehrlich gesagt, die Diagnose... Ah, du bist eine Legende, Tolkien 1. Oh, no! Das ist das gleiche zweimal, wie Top-Lane, by the way. Da geh ich jetzt runter, ja? Wie bitte? Ich glaub, die Ult wär nie losgegangen, aber weil er stirbt. Der ist halt reingeflasht, der andere. Was soll ich machen? Ich weiß, ich weiß, ja. Mehr geht nicht. Ich bin halt unlucky as fuck. Top beim Rumble, ein HP ebenfalls bei dem Dive. Ah, HP 1. Der mit mir. Yeah! Am Ende ist aber noch nicht terrible, ne? Ihr habt immer noch genug Ressourcen. Ich bin bloß einfach ein bisschen behind. So, Gameset ist eigentlich okay. Das ist okay. Wir haben Goops und Drake für zwei Kills auf Urgurt gekriegt. Ich sag, wir chillen. Ja, I think it's okay. Wenn dein Lander für nicht fucked ist, ist das gut. Ich bin ein bisschen behind, aber ich werd später recovern. Okay. Wollen wir die Lanes so machen? Wie wollen wir unsere Lanes machen, oder? Wird die jetzt runter? Ihr zwei? Wie viel Summoner ist aktuell, Info? Äh, ja. Sollten wir, ne? Am Bild kein Flash. Rell hat auch gerade geflasht. Eigentlich sag, mag ich mit Ori Sidehand spielen. Ist geil. Okay. Dann geh ich Sidehand. Pass, aber ich bin sehr dive anfällig, weißt du? Ja, ja. Aber wenn wir zusammen dastehen, killen wir auch alles. Wir haben auch mit Pryo wieder. Ich glaub, ob es Safeway wird, würd ich wahrscheinlich auch. Bleib erstmal mit der Karni. Wir können auf den nächsten Rail. Sicher? Okay. Kannst du die Krab checken einmal? Ja, die war gerade. Die ist hier. Die MF macht die gerade. Dann lass die fighten. Lauf drauf, lauf drauf, lauf drauf. Da ist ne Rail. Ähm. Die don't move, die don't mich auch. Ich kann nicht move. Ich kann nicht move. Ich muss nicht mehr. Push einfach. Push. Push, push. Die stoppen. Die stoppen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Cover. Cover. Ich habe CP. Ich kann auch mit durchlaufen. Ich share den Kenner noch. Ich bin probably schon tot. Wenn ihr zusammenholt, kippe ich. Warte, bis jemand moved. Der hat daneben geflasht. CP. Wir können die Bellev clean, wenn ihr das richtig macht. Die Bellev ist clean. Rumpet auch kein Blash. Nice. Was? Die bist du auf zwei, ich sage ich nicht. Der hat auch kein Blash. 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 Ich bin nicht tilted. Ich bin bloß behind. Das ist alles. Naja, weil sie immer tot ist. LOL. Okay, crazy. Der ist so ist da. Ich bin gleich bei dir. Du bist alleine, bist alleine. Ab fast fünf Sekunden. Deckbrand, Drake ist in zwei Minuten dann auch. Wir können einfach Drake sticken hier, ne? Ja. Wir haben MF euch benutzt weiterhin. Wieviel cooldown habt ihr? Jepv zur behind immer noch 25% True Damage, also ist nicht da. Na, auf jeden Fall hat ihn. Wieviel cooldown habt ihr? Zwei Minuten. Hier MF whole, wird ab sein. Wird ab sein. Doch, doch mal. Okay. Wenn ich in Rell bin, wo recall ich? Ähm, eine Wave, lol. Das heißt, du kannst gerade full Bot-Sidevision holen. Ich muss base nach der Wave. Wie machen wir die Waves? Wenn ich für Drake da sein soll, muss ich aus Top-Land weg. Da müsste Tolkien hoch. Bröki muss top. Oder Bröki. Ist das für dich okay, Bröki? Dann geh ich über Mütter, du bist top. Nur, dass du die Wave einmal ausdünnst und dann spielen wir Drake. Yes. Robin hat dann 30 wieder Flash. Ich muss dann base tippen, ja. Genau, genau, genau. Weil das für dich okay ist, wenn du nicht gedivelen kannst. Das ist super. Belva hat auch kein Flash? Also, du brauchst mich oben nicht, oder Bröki? Erstmal nicht, erstmal. Ich will nicht gedivelen. Aber Rob sind in 20. Bleib ich einfach mal im Hintergrund. Ja, nee. Geh mal an mit Top-Set ein Ward holen, damit Bröki weiß, ob er gedivelen wird. Wir haben noch 30 Sekunden dafür. Ich glaube auch, die spielen eher für Goobies. Jaja, die Botline rotiert auch. Die ist Hav am Top-Seite schon. Okidok. Wie kommt der P vor Goobies? Wie kommt der P vor Goobies? Wie kommt der P noch? Die haben hier sogar tippt, die tippen hier. Aber wir spielen die nicht. Ja, dann ist gut. Ja, wir spielen Drake stattdessen. Sondern entspannt. Du gehst ins E-Base, oder Chef? Jetzt base würde ich sagen. Dann geh ich runter. Ja, die wollen beides spielen. Das war die LeBlanc, die tippt. Oh, die Diven top, die Diven top, ja. Die Diven top, by the way. Eigentlich kannst du nicht weg. Ja. Aber actually, vielleicht kann Bröki zurück tippen. Wenn die zusammen groupen mit Uri von hinten. Ja, ich komme. Aber die werden dich nicht contesten, oder? Dann geh ich hoch. Ja, ich glaub, du kannst hoch. Die Fanten. Ich bin 17 ab. Rumble ult raus. Egentlich, das ist perfekt, das ist perfekt. Ich kann ihm eh nicht vorstellen, dass sie das machen. Ruhig, du tippies Mitte dann, okay? Ja. Oh, mir ist ja Drax. Das war Drax. Ich muss hier vielleicht ein Miracle... Oh, ja. Ich brauch vielleicht ein bisschen Hilfe. Wer da round? Ist nie so viel schneller als ich. Magnet Storm. LBF kommen von oben. Wollen wir mit der Reihen auch? Mit Ultis. Ich komm, ich komm, ich komm. Super. Kannst du mich chill das? Chill das, chill das, chill das, chill. Ich hab kein Chill. Achso, du meinst. Ah. Ja, ja, ja. Ist nicht mehr gut, ist nicht mehr gut. Ist nicht mehr gut, ist nicht mehr gut. Ist nicht mehr gut. Ich diese Mitte. Drängen vier. Du blockst da. Du blockst da hinter uns. Du musst raus. Ja, trotzdem. Ich werde die Kette blocken, wenn sie kommen. Die gehen hier rein, Karni. Die gehen hier rein, maybe. Danke dir. Okay, ne. Kannst du da halten? Leblah unterschätzt, mein Bid. Ah, ist gut. Das ist ja auslesen, super. Ein Bellwiff noch, okay. Oh, shit. Maybe, maybe, maybe. Ich hab noch W, ich hab noch W. Nice. Nice. Ah, los. So close to greatness. Leblah kam oben, gleich vorsicht. Rumble kein Flash, Rumble kein Flash oben. Ich kann dich hinten tippen, die Wave von dir mal gestern. Du coverst Bot danach. Ich würd gerne recallen hier einmal. Schön, Brücken. Der Rumble is a big boy. Oh, die ist noch bei mir. Ja. Hat der Flash? Do we know? I don't know. I don't know. Okay, ich flash nicht rauf. Einfach Waves nehmen ein bisschen. Wer den oben nicht kill? Ich versuche auf ihn raufzukommen. Hat er ignited? Der hat nicht ignited, ne. Der hat nur geflasht. Ich weiß, ihr habt den Kills, ehrlicherweise. Ich glaub ich geh nicht rauf. Ne. Ah, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Champ-Deck. Seenor. Röck is big. Ich bin die beste, aber ich bin Teamfight, glaub ich, sehr stark jetzt. Ja, du wirst, du wirst ja auch gleich elf, ne? Schon. Ein Level noch. Mhm. Entschuldigung, ich tippe top. Ich spiel in der Lane ein. Rell hat Flash. Rell hat Flash. Rell hat Flash. Rell hat Flash. Ja. Sie sind gerade Battle Rath, äh Leblanc unten. Ist das Playbill für uns? Ja, du brauchst erst Basen, oder? Die Rell ist grad Topside reingehabert. Ja, da ist sie. Wenn sie einen anderen Spell benutzt, kann ich vielleicht drauf. Rell hat, äh, Move-Frage. Mhm. Er ist zurückgejumpt. Rell ist oben. Ich mach noch mal einen Blue-Bow vor, ich weiße. Der Typ ist keiner fucked gerade, der kann nicht basen. Ich werd für Top-Deck weiterspielen, so lange wie ich kann. Du kannst beschregen, die haben Angst vor mir. Aber wir geben Harald, by the way. Die pushen Top-Deck zu zweit raus. Ja. Wer auch danach ein Camp noch. Der Blau ist Mitte, ne? Der Blau ist Mitte. Der Blau ist Mitte, der Blau ist Mitte. Ja, sind auf jeden Fall, äh, ne, sind alle bei Harald. Wir haben mit den Bot, also Top-Deck wird wahrscheinlich jetzt bald fallen, ne? Aber es wäre weak, da hat auch nichts was. Wie bitte? Verteidigen Top-Deck. Dann, ich lauf hinten rum. Vielleicht ist die, ich meine, sie wollen's, aber ich weiß sie kann. Die Rell ist wieder nach oben reingehabert, ja, ja, die sind immer nach oben. Die sind viel zu spät, beruhig dich auch. Beruhig dich auch, beruhig dich nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Das ist sau, das kann, aber ich kann den... Nein, das ist überhaupt nicht. Man geht den gleichen Weg wie Connie. Aber ich glaub, vielleicht bist du zu spät. Ich muss noch Rumble flashen, wenn ihr da seid. Werde, guck mal nach dp auch. Ich dp. Ich geh in Greyhands. Die Jeng wird nicht kommen, die Jeng kommt nicht in time. Komm doch. Ja, Brumble, ich hab Brumble, ich hab Brumble. Oh nein. Die sind im Harald. Die tp'n auch. S1, die tp'n. Das war's. Aber wenn wir dafür ready sind, ist das so gut, ne? Nichts. Ich hab Brumble gekillt. Ist gut für mein Mantle. Schade. Ah ja, für die Dive-Star-Ready sind das krass. Das ist aber so grief von denen. Eine Minute drängen. Ist vor allem, jetzt bin ich elf. Noch ne Wave oben. Kannst du mal gucken, ob die das wieder overstayed? One more Wave, boys. No pass. Ja. Die sind instant gebased. Dann können wir, wir können direkt matchen, glaub ich, btw. Ja. Haben wir TPs? Brücke, ich glaub du kannst top durchpushen. Brücke muss top bleiben. Nein. Einzige mit Teleport. Ja. Dann brauchen wir auch keinen Brücke. Du kannst wahrscheinlich die Wave sogar durchpushen. Niemand ist da. Es ist schon niemand da. Die ist ja schon drin. Die ist ja schon drin, ne? Nein, 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 nein. Die läuft jetzt gleich hier rein und nimm Poke. Okay. Aber Achtung, die könnte vielleicht engagen. Ja. Die hat Flash, die hat Flash, die hat Flash. Okayer Poke. Ist okayer Poke. Wenn wir hier spielen. Wir können Drake mit top zum Traden. Was, 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 was. Achtung, Freddy. Die kommt von hier. Wir können vielleicht sogar einen zweiten Turm noch kriegen, top, oder? Ja. Niemand ist da. Ja. Die gehen für Bord, ja, ja. Wir geben einfach unten den T1 auf, würde ich sagen. Oh, maybe Hilfe gleich in der Mitte zu defenden. Äh, ein bisschen. Aber seh ich da noch aus, seh ich da noch aus. Ich lass kurz einmal die Pflanze hier. Die gehen wir mit T1. Die sind einfach mit dem Gesicht. Ja, Rumble ist also zu dem Rufenbrücke. Du hast noch Zeit. 10 Sekunden oder so. Ja, jetzt musst du nicht pushen. War noch nicht da. Das Fortschritt könnte genug sein. War die Engage mit. Ist es bad, ne? Ist es bad, ne? Ist es bad, guck auf Rumble. Ja, ich gucke da. Ja, ne, ist bad. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ich bin nicht raus. Geh raus. Oh, die Relis. Wow. Moment. Wir müssen einfach nur, also mit unserem Bedarf einfach nicht fighten. Ja, vor allem wenn der Rumble trollt. Mitte bleibt. Ja, Mitte halten, Bröki, meinst du? Mit deiner Ult. Ich kann eine Ult werfen. Aber wir sind das Halten, ne? Ja, ja. Die MF hat keine Ult. Keine Ultis. Die MF will sterben, oder? Denk ich auch, ja. Was die sterben, ne? Steht auf den Flash. Ja, Moin. Schön, Moin. Schön, Moin. Wir zwei, Bomben. Gut gesehen, Junge. Kann ihr bitte Turut nehmen? Zusammen? Äh, ich denk ja. Du müsst unten havern, ne? Außer die, außer die Belves. Jetzt sind die hier. Könnt ihr mal gucken, was die macht. Ich hätte wahrscheinlich bleiben sollen noch für die Töne, ne? Pass auf bitte. Ja, bist du heikel. Ist zu heikel, ja. Habt ihr den Rumble gefunden? Rumble auch, ist auch ein Schwimper. Wir haben Rabadon ist auf Six. Wir sollten eigentlich jeden Fight nehmen mit Six. Habt ihr auch schon zwei, Alter, ihr müsst, ne? Jaja, also wenn ihr beiden dabei seid. Der Rumble ist gerade nach oben gemovt. Äh, war hier? Wollen wir den Rumble einfach killen? Ich hab'n EP, wenn der oben kämpft. Ja, aber ansonsten nicht. Aber ja, sieht gut aus. Der Rumble ist gerade gebankt. Du bist noch ab. Kani! Du bist so einfach tot. Der hat geflasht. Ich kann weitermachen. Ich kann weitermachen. Ich hab' den. Ja, wenn du ihn slowest. Kannst du in ihn reinlaufen? Ja, ja, ja. Und nach unten? Ich tank das. Loll. Wow. Aber muss ich echt sagen? Wow. Hätt'n aber holten können, ich glaube. Hat die Flash? Nein, hat sie nicht. Abel Flash. My mystery is gone. Oder? Ich bin gleich neben dir. Ja. Yeah, reset not the bot, I guess? Oder wo geht's hin? Ne, die shot do was the wave unten. Die sehen mich leider. Und so. Und so. Ey, du solltest schon. Ich spiel einfach mit dir. Ich bin fucking useless. Wenn du bottom kriegen kannst. Mit dir zu bottom. Ich bin so strong. Ey, ey, ey. Wenn die weiter spielen, kann ich rein tapen. Einfach für den Turm oder so. Ja. Ja. Dass sie den Turm nicht nehmen. Oh mein Gott. Wir müssen doch was chasen können hier. Die sind auch Blue, sind auch Blue. Wie spielen wir das am Scherzen oder am Spielen? Am Spielen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist. Ich glaube, wir sind ready dafür, oder? Du bist ja genug. Also, nicht unterm Tower. Also, wir können nicht Tower Diven, aber wir können, glaube ich, jede Wave contesten. Und wenn sie einmal contesten, können wir gewinnen. Mhm. Äh, actually, da ist ein Tod oben, oder? Da ist ein Kill. Von der Rumble. Wir versuchen drum zu forsten, da ist Kant. Ne, wir können nicht Tower Diven. Ne, ich wollte nur den Turm forsten mit Bucky W. Nicht Diven. Nicht getopped rein. Ja. Oder wir contesten mit dann nochmal. Wenn ihr könnt. Ich hab nicht viel. Okay. Oh Gott, wir gehen hier vielleicht rein. Können wir nicht auf die... Ich hab da nichts... Oh Gott, Old vielleicht? Naja. Bram ist gleich hinter uns, ne? Die flanken uns. Die flanken uns. Müsste aufpassen. Die gehen für Top Tier 2, oder? Auf Hilfe für Top Tier 2. Ja. Hinten rum. Kann auch schon hier im Buschland sein. Vorsicht. Ich check mit... Ja, da ist jemand drin. Ja, ja. Fighting, fighting, fighting. Okay. Es ging nicht durch, leider. Ach. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich bin sehr stark. Ich bin ganz laut, aber... Ich werde jetzt nicht spielen. Die hast du, ne? Schön. Ich bin nicht mehr. Das ist ein bisschen raus, ja. Hm? Drake ist gleich ab. Seele ist gleich ab. Äh, nicht Seele. Ich bin da schon... Ich bin echt sehr useless gegen die Leblanc, leider. Ausser wir gehen zuerst auf sie. Ich mach dir echt den echt. Brugge muss eigentlich noch top left bleiben, wenn du Telepott spielen willst für Drake oder was auch immer du machen willst. Soll ich TP'n und wir sind direkt am Gebiet? Ja, ne? Ich TP'n. Du musst Brugge gleich auch TP'n, wenn wir wirklich fighten wollen. Wir TP'n auch schon. Ja, komm mal. Ich TP'n auf dem Weg. Ja, schon. Das ist nicht Blabel. Ich glaube, ich muss für da sein. Wir müssen am Gebiet sein, ja. Oh, wir haben alles schön. Ihr könnt vielleicht poken, weil wir. Aber der Map wird euch ziemlich hart nehmen. Mit Exhi? Die sind schon low, ne? Blabel ist auch low. Die Rail hat keinen Slash. Der Map catcht ja. Oh, 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 oh. Die ist so, ne? Rail hit euch. Wenn ihr jetzt fightet, gewinnt ihr, glaub ich. Wenn ihr jetzt fightet, gewinnt ihr. Wenn ihr jetzt fightet, gewinnt ihr. Oh. Ein HP, beide. Well? Ja. Belver ist auch ein HP. Belver ist auch ein HP. Wir gewinnen das. Geht los, geht los. Die ist auf Dragon, maybe. Nein, die ist ein HP gewesen. Ihr könnt Dragon nehmen, glaub ich dann. Schön, Jungs. Ganz viel. Die würde irgendeine Honeyfood haben, ne? Die würde Honeyfood genommen haben. Ja, ich... Ich bin mit dabei von dem geht zu Dragon. Schön. Voll kill, ey. Das ist... Oh, look, im M, look im F, look im F. Look im F. Ich kill die, ich kill die. Ja? Ich brauche immer bei Dragon noch, Leute. Ich bin ja immer Speed geben und dann jetzt zurück. Schön gesehen, Agurin. Ja, gut. Die ist geflasht noch, oder? Oh, der ist sauer. Der ist sauer. Der ist sauer. Mit der Wave, ist er Troll? Er mit Turret, Brücki? Mh... Ist, glaub ich... Ist troll, ja? Also... Ich glaub, ist Troll, wenn LeBlanc halt mich angeht, ja. Ich mein, die muss Space, aber die hat TP, glaub ich. Ich bin halt eins, ey. Ich bin halt eins, ey. Wie bitte? Wir haben LeBlanc, die seit Jahren nicht TP sehen. Ich glaub auch, die... Die hat... Hat die schon mal TP? Also, wenns... Wenn, dann Fokke war. Ersuchen, dass er ab ist. Also, ich glaub, wenn wir einfach poken dürfen, dann können wir keinen Fall verdienen. Mh... Aber, ja. Ist rough zu poken. Wir müssen halt zuerst sein. Einfach so zuerst sein. Ja, genau. Nette, Tolkien ist fast itemtechnisch auf mit World-Up jetzt dann. Ja, hoffentlich. Aber wir haben drei Dracks. Obwohl, du wirklich alles angeben musstest. Ich hab eine True-Damage-Ult, ne? Das ist immer das Gute. Ne, ja, ja. Ich bin nie richtig useless. Wir brauchen nur ne gute Ori-Ult. Für uns ein Problem ist die LeBlanc, glaub ich. Weil wir einfach nichts zum Catchen haben, ne? Exakt, ja. Wir könnten auch sie investen mit Kha'Zix. Ja. Du bist unsere beste Chance, ne? Ich glaub, unser Start ist am besten mit der Wave-Contest und du gehst Invis auf Miss Fortune. Das ist so viel. Ja, aber die wird ja... Also, wenn der Tier 1 Twitch steht, kann ich nicht. Das ist aber ein Call, ja. Glaub ich. Also, wenn wir Invis an die MF rankommen, hat die Flash? Jetzt gerade... Ich glaub, sie ist gerade geflasht. Okay, wenn die geflasht hat, dann können wir... Dann haben wir jetzt nämlich Zeit. Fünf Minuten... äh, drei Minuten, ne? Fünf Minuten. Das Problem ist auch, die haben meistens Vision auf mich schon vorher. Also, wir brauchen erste Vision. Wir brauchen Pinkguard auf einen der Side-Busche. Glaub ich ja die Wave eigentlich auspushen? Ich glaub schon. Ich glaub schon. LeBlanc war sehr low. Die muss auf jeden Fall basen. Wir sind hier aber auch ein guter Play. Das fremdlich einfach beider Seiten entgegen. Ihr cleart und flippt mal schon mal Turret, wenn ich direkt ein Ash passen kann. Ich bin in the fuck out of Aram. Aber wir haben Double-Teleport-Vorteil halt. Wir haben 6TP und Ugo-TP. Wenn wir Winning-Oriana-Site-In haben und ich Scheidung gehen kann, ist... Du 6-Claid-Wave mit, das ist doch ein Playbill für die. Oder? Bist du dumm? Ey, was mit Nash starten einfach? Ich kann dir garantieren, wir werden gecatcht. Okay. Dann mach ich Karbon und gehen mit euch gut. Dann machen wir's nicht. Also, weder ich noch Renate können irgendwas... Ich mach Karbon. Wir haben auch Redemption so. Die ist fucking meist, wenn wir mal rausgepuckt werden. Ach so, in den Fights. Nee, aber in den Fights später, ja. Ist so. Das war ja nice. Die Renata-Ult ist halt schwer zu hitten gegen die. Ja, es ist halt... Ja, wenn... Es ist schon hittable, aber most of the time... ... sterben wir davor. Ja, mach, 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 mach. Die Pause geht ja wohl eh länger. Aber das Game ist eigentlich ein sehr guten Spot. Dadurch dass wir den Zoo-Point haben, fühlt sich winnable an. Mich würde interessieren, wo wir goldtechnisch stehen. Ich glaub, wir sind legit nicht behind. Ich glaub, wir haben drei Drakes und sind pretty much even Gold. Ja, ja, maybe, maybe. Ehrlicherweise. Der Brücki ist so strong, wir haben Turtles. Der Brücki hat ne Menge Platten weggesprengt. Mhm. Ja, ich glaub, wir sind sehr behind. Ein bisschen Turtles wäre halt sexy, aber ich glaub, wir können nicht forsten. Wir können aber Mitte priorforcen. Das ist das Einzige. Ich würd krabber vorne in der Basin. Ja, aber die Mitte ist sehr scary, ehrlicherweise, find ich. Weil da sind wir so, äh, 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 kollapsbar von den Seiten. Und wenn die an Brücki rankommen oder an mich, das Saitlen ist schon einfacher. Wenn wir eine Seite haben, auf die wir hovern können, dann ist es nicht risky. Weil unsere Champions ist ja gewinnt, Frontenburg. Aber ja, also, wenn wir geflankt werden, ist es loomt. Mhm. Okay, I'm back. Alright, let's go. An Pause. Also, Torki macht Krabbel, ich mach Top-Camps. Freddy macht Krabbel. Ich pusch die Bot-Wave aus, nimm ich Saitlen. Kunti soll's auch base in. Ja, ja, ich hab nur die letzten Wands rausgebrochen. Ja. Oh, wir müssen den Feuerball zünden, Brücki, bitte. Oh, da sind ein paar Wands und Tons. Wir sind so fett. Oh, ja. Das sind dicke Dinger, du. Äh, ich geh wahrscheinlich nicht Bot jetzt ohne TPs, aber ich geh Top dann. Ja. Oder sollen wir ein Shadow-Player-Bot kommen? Wir wollten ja A-Ramen. Ich glaub, ich nehm einfach nur eine Wave an und geh dann wieder in die Mitte. Mhm. Kann ich auch hier Shadowing gehen? Ich hab kein Business. Oh, auf jeden Fall ein bisschen mehr Vision in der Zeit, glaub ich. Der Wort wär OP, aber weiß nicht, ob das Punk ist. Wir sind gerade zu fünf versammelt. Die gehen aber auch, ne? Und das ist ein Spot für... Wenn die Freddy haben, können wir mitzupontesten. Aber nicht die Wave, oder? Ah, die Lipploy ist immer noch hier drin. Ey, wir haben eigentlich überhaupt keine Lipploy. Das ist so scary, ja. Oh mein Gott, die Lipploy. Wir gehen auf Top-Line, Top-Line, Top-Line. Wir können doch spielen, oder? Rumble ist ein bisschen geschlossen. Ja, Rumble ist ja keiner low. Kannst du den ulten? Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Okay. Rumble ist wichtiger eigentlich, ne? Rumble, Rumble? Ja. Ich ult, noch nicht ult. Ja, Vorsicht. Ich lebe noch. Ich hab hier Rumble geslowt. Ja, ja, ja. Er ist noch mal geslowt, okay. Ich hab jetzt das R-Quots. Ja, ja, es fangt. Der ist geflasht. Rumble ist raus. Du hast hier noch einen Power-Tunty-Food, wenn du brauchst. Agurvurin. Ja, gleich. Der Wort ist dann noch da. Jetzt pinken, 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 pinken. Ist der Wort noch da? Wir haben keine Worts mehr, ne? Zwei noch. Nur kein Anti-Wort mehr. Wir brauchen dich, ey. Sonder Trabma. Für die Vision hier. Ey, also, das müssen wir klären, müssen wir klären, müssen wir klären. Weiter wird's eigentlich im Bass, Strix. Die Belbeth farmt gerade. Gewass. Ich hitte pink bei Nash. Und ich hitte das Clown? Hm, na. Ich farm unsere Bezirk-Camps. Ja. Ich glaub, wir haben Zeit. Schön bekommen. Schön gemacht. Schöner R-Take. Rumble, flash down. Ich schließe ihn zu shadowen und Rumble zu killen. Also Freddy zu shadowen. Ich würde das nicht overforcen, ne? Ja, ja, ja. Nur wenn er so pusht. Ich hab auch Tipps dafür. Leblanc ist gerade hier unten gewesen schon. Leblanc hat Übel-Tempo. Ich bin gleich hinter dir. Das ist nur mega-Tempo, Bro. Das ändert nichts, glaub ich. Leider. Ja, du siehst unten. Ich glaub, du darfst. Also ich werd unten den Rumble schießen, ne? Wenn ich darf. Ja. Werden die Solitee hinterwägt zu dir. Leblanc ist noch geguckt. Ich hab mir schon mal Leben-Bot. Ich hab mir schon mal Leben-Bot. Es kann nur BW4 sein, okay? Wenn BW4 ist, ihr könnt nicht mehr starten, right? Nein. Die Leblanc muss noch rum. Das ist keine gute Option für uns, glaub ich. Ach so. Ich darf nicht gebiss, ne? Ja, du darfst nicht. Wir haben ein Wort drauf. Ich würd Bot-Side die Kappe nehmen zusammen. Mhm. Es waren zwei Leute Bot-Side. Das ist free, ne? Die haben uns gespottet. Wir müssen ein Tash ein bisschen auch geben, ne? Look at me. Look at me. Wenn wir herzappigen jetzt auch. Ah, die DP'n schon. Aber ich glaub, das ist nicht gut. Wir brauchen Six. Wir brauchen Six. Lass auf die MF gehen, Karne. Look. Kommst du dir? Ich hab noch Drax. Das ist geil. Ja. MF, 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 MF. Ich nehm halt den Shoot. Oh, der Catch. Nice, boys. Wir haben mehr. Ja, was machen wir? Ich hab noch einen Slow. Ich hab noch einen Slow. Push, 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 push. Ja, Bot-Side ist gut. Rel hat Flash, Rel hat Flash. Ja, kein Problem. Wir haben noch zwei DPs. Immer noch eine mehr als die. Und dann Bot-Side. Oh. Reingesprung. Bot-Side nur, Bot-Side nur. Das ist unser. Und dann Base. Actually, kann Röki Mitte... Ah, Vorsicht. Das ist nicht gut. Wir müssen Kiten, wir müssen Kiten. Aber Kiten ist... Wenn wir raus sind, ist gut. Okay. Dann raus. Das war's leider. Hey, das ist okay. Und dann hab ich einen White-Side. Ah, eine halbe Minute Drake, meine Boys. An der Rell Flash zufällig? Ist ab, ist ab, ist ab. Ich hab' so als Top-TP einen Thoughts. Äh, nach der Wave meinst du? Jetzt direkt? Nein, 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 oder? Wieso nicht? Ich push eine Wave, und dann kann ich zum Drake moving. Wir müssen eh zuerst da sein, er-Track, ich denke. Ich richtig. Das weiß dieser Jungler schon. Loser. Ich hab einen Wave. Rumble, der ist gerade alleine, Thoughts. Wenn der hier invade... Ich scharfe ihn damit, ja. Ja, ich scharfe ihn damit, ja. rüber rein ist auch egal ist in today kann spielen mit dem weg springen wir haben vielleicht eine position und wir sind jetzt ist aufgekattet ich habe noch einen witz und nicht und nicht die mich wir können so ein bisschen poken wir kommen wir sollten uns zurück bitte kommt zurück wir müssen ja sie will ich das ist ein geld von hier ich muss da bei uns sein ich müsste zusammen hier raus jetzt zusammen rauslaufen die gehen nicht oder für uns alles fein lass das alles gut leider aber ein brücker neben uns steht das ist gut bei uns bei btw wir halten den busch da und poken die dem bei ja ja aber wir hätten nur glaube ich einmal realcube müssen oder so einmal canceln wenn wir auch beinahe an der topwaffe den gesamten ton von der btw how the fuck this is huge meine die fälle nächste war tatsächlich kein flash mehr du kannst du eine wave nehmen du hast noch als letzter tp ich bin zwar unterlevelt aber 2 auch blöd dass wir die die leblancen aber noch nicht gekillt haben willst du das über das geht dazu holten also auf die leblancen ist so richtig vom timing ja doch die ist worden hier aber das als timing ist halt wenn sie nur wieder das sind zwei ults weg ich kann schon ja das ist richtig aber ich habe wir sollten es riskieren ehrlich gesagt ich glaube wir gewinnen einfach falls ehrlicherweise oder ist gerade kein unterschied gemacht du darfst du darfst ich meine ich meine ich habe meine nicht mal rausgekriegt also ich glaube ich probieren oder auf leblanc weiter sind oder ich bin wieder mitte gehen glaube ich ich gebe es und wir können wir können auch haben wir können auch haben wir wollen ja zu zweit wir können den schon halten den wenn ihr das zu zweit macht kann ich abgeben aber zeig dich mal nicht wirklich zeigte ich noch jetzt kommen die vielleicht auf die idee bord wenn zu gehen wir wollen so ein erstes machen die nash und sehr schnell haben wir blue eins haben wir auf die idee auf dich zu gehen leider hattest du recht in den nash jetzt damit oder was machen wir ganz vor die bot den hilf du ich kann eine weg halten mehr alle fünf alle füllen die sind gleich davon mit aus der ex lashed mfl links war relativ low wo willst du auch rein guck mal diesen gesloten vielleicht kann freddy hier was nach schockwaffe kann ich holten sogar wenn du gucken kannst noch im winkel mal gucken ja ich gucke aber ich bin schon sehr vorsichtig ich bin besser als der mitte freddy ich bin used ist damit du bist viel wichtiger 20 für der teleport also der bau ist natürlich gigantisch aber wir haben nicht mehr bekommen als das ich glaube ich glaube ich habe mal wieder in die mitte kriegen ehrlicherweise wir sehen alle bis auf rumble gerade ich muss schnell boardwaves noch ein pinkwort wir haben jetzt hier look at me mit teleport so spielen wir sollten spielen freddy du auch brücke dann by the way die menschen die menschen die menschen und die sind zuerst von der mitte also ihr müsst eigentlich rennen müssen wir wir sollten spielen wir sollten spielen wir sind zu erinnern ich habe die ich habe die wir sind nicht zuerst die sind am tollen oh mein gott schön gespielt danke danke mehr 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 ich habe fünf sekunden ehe die ist fast oder sie sind zurück wir kommen wir kommen ja ja ich habe getrollt aber brücke hat sie ich habe die p zum nash wenn die direkt hingeht ich pushe eine wave ich habe zwei sekunden meine ehe ich habe da null damage leider okay immerhin die werden dass sie dich da wollen kann ist crazy es ist fein wir haben sehen in der minute hat gerade mf geflasht jana diese brücke ich nur pflanze ist einhundertprozentig geflasht auf hätten bauen bekommen nicht bad man nicht mehr machen kriegen die machen ich denke ich denke der der geldt und push aber auch top durch und dann holten wir beim dragon okay wenn du kannst den kuhnw schaukelwinkel anspender auf süß du bist auch nicht möglich aber der mann der mann will der mann will aber ich bin jetzt ein bisschen slow chasen kannst du aber das glaube ich nichts dafür die red ist schon hier die ist alleine die ist alleine ne rumble hat kein ult mehr ne rel hat kein flash ja ich gucke ich gucke ich gucke ich gucke wenn ihr die kriegt ist huge ja noch ein slow noch ein slow die ist tot ne ich will dafür nicht nutzen da ist irgendwer an der seite passen wir einfach auf mf keine ult okay so jetzt lass langsam spielen erst die kabel erst die kabel rammel keine old immer dass die kabel haltet die sohn hat hätte die sohn's und auf der web für mich gewesen ich habe aus karten rücken raus gesehen den rammel engels halten lasst nur mich das machen engels halten im ist engels halten das halte das hatte das kann ich kann sie nur flippen wenn sie rüberkommt ich kann ich kann ich kann ich kann nicht jetzt werden jetzt werden jetzt werden 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 sie hat die gesteht und wir sind auch an ecola sator draus wenn wir können loll happens bro freddy und ich gegen die welt noch die meint slow chase das war der band die reset wenn die uns zum face checken kommen killen wir noch ja da vielleicht gehen wir lang die mf endet ne ja leider ich glaube ich wir spielen es einfach nach vorne wenn wir können versuchst du base wenn du kannst ja ich tue ja dann ist ende ich kann mich da dann mal recoil canceln hier aber ich weiß nicht was so kommt für den ds hier ist heute muss ich sagen wir haben uns bei jedem einzelnen land auf die beine gebrochen also zumindest das habe ich angefühlt ja gg's gg's das war schon das loser bracket das war schon das loser bracket wer würde gerne das interview machen von euch freiwillige vor na mal captain geh doch mal vor nee ne ich hab keine lust also das kann ich machen mein gott wenn es keiner machen will mache ich es ne ok das hieß den briefing channel ne ja ok wunderbar die kommen dann auch vielleicht zu dir right trotzdem also klar das hat so spaß gemacht ich hätte so gerne weiter gespielt es war gute practice für das bootcamp das kommt und dann t1 natürlich ne das so muss man es betrachten und wir können ein paar teams bestimmt noch anfragen für scrims oder so wenn ihr das ich weiß nicht das hat so spaß gemacht aber auf 5 gibt es gewonnen actually warte mal was ja ja wünscht euch trotzdem